Verlaufs abschließen. Bitte vermeidet dort draußen diese albernen Gästen. Äh, ja, ich denke doch. Oder die 50 Zoll Diskette. Ach, die gute, wo 10 Byte draufgehen. Boah, ich hab übelst auf mein Monitor gerotzt gerade. Das spiegelt jetzt so schön in der Sonne. Ja, ich hab grad meinen Rollladenstück runter gemacht, damit ich gescheit was sehen kann. Ja, die Sonne scheint. Es ist schönes Wetter und wir sitzen drinnen, also... So wie es sein soll. Ich wollte grad sagen, wo es sein ist. Wir müssen das G-Werk am Ende dieser Strecke finden. Wuhuuu, bam! Die Menschen müssen es versehentlich von... Ahaha, hui! Die Pelle? Das ist nur ein Verwaltungsfehler. Ja, die Verwaltung. So. Äh. Ist es hier so? Aha. Oh, oh Gott, ist das hässlich. Das willst du gar nicht sehen. Wir fahren jetzt hier durch. Solange die sich nicht bewegen, bin ich ja ganz, äh, gut drauf. Ah, siehste, da kann man auch nicht runter. Doch kann man, natürlich, da kannst du ein Portal hinschießen. Hier. An die Wand, ja. Hui! Ahaha, scheiße, mach mal nach dem Ding da hin! Mach deinen da! Ah! 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 Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ja, 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 ich hab's, ich hab's kapriert. Oh, maaaannn! Hier. Immer das Dealernusschießen für die Lichtbrücke. Alles klar? Ah, es ist, ist notiert. Ich hab extra den Finger nur auf die Maustaste getan. Mehr kann jetzt nicht passieren. Drück mir auf Kuh. Kuh? Nochmal. So, jetzt, warte, wo man... Du bist so ein Pfeiler! Jetzt gehst du eh drauf. Ja. Wie, warum bist du so vorbeigefallen? Warum kannst du mich da reinfallen? Was kannst du eigentlich? Ja, ich rechne halt nicht damit, dass du einfach ohne was zu sagen das Ding ausmachst. Ja, das ist doch der Sinn von dem Spiel, Portale schießen. Achtung, Portal! Oh, ja, ich muss erst mal das andere holen. So. Was, Luftübung? Ah, ich hab Errungenschaft gekriegt, weil ich so viel gesprungen bin. So, und jetzt pass auf. Jetzt mach ich nämlich hier. Und jetzt schieße er ein Portal, sodass ich nicht daneben falle. Ja, danke. Geht doch. Aha! Bist du mit dabei schon? Ja, ich bin hinter dir. Da muss er hinterher sein. Oh, jetzt geht's Portal aus. Achso, ah, gut. Alles klar. Ach, da geht's lang. Jo, war doch so geplant. Ja. Hallo. Guten Tag. Oh, hallo. Ich weiß, was ich mache. Nein, ich muss da vorbeigern. Ah, so rum. Oh, da oben muss es hin. So. Nur. Achso. Oh, da sind noch mehr. Scheiße. Was, was, was? Ich muss abspringen, weil da sind noch mehr. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ich guck mir das mal an, hier so. Alter, die... Ah, nein, 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 nein. Oh, super. Wer hat hier gelacht? Weiß nicht, es hat so gequietscht im Mikro gerade bei mir. Hallo. Oh, hallo. Ich fahr einfach mal weiter. Yeah, es funktioniert. Ja, du musst einfach weiterfahren. Ach so. Ja. Und jetzt? Jetzt steh ich hier. Ich weiß nicht, was ich mache. So. Und jetzt? Äh. Ja, ne? Jetzt stehen wir halt da, ne? Jetzt stehen wir hier so rum, so. Jetzt kriegen wir gleich auf den Sack vor allem. Ich glaub, wir müssen hier rüber. Ah, da muss es, hier muss es weiter. Da, pass auf. Hier, hier so. Jetzt müssen wir nämlich hier rüber. Ja, Gott, das ist hässlich. Weii! Wuuuhuu! Aua, 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 aua. Wo sind wir? Aha! Siehste, jetzt kannst du hier nämlich hoch. Die Treppe. La, 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 la. So, und jetzt? Äh, ja. Hier oben kannst du im Portal schießen. Hier? Ah ja, guck an. Zup! Wuiiii! Jetzt fahren wir hier quer durch, durchs, äh, Gelände. Ja, ich, ich hab die ganze Zeit schön den Finger auf der einen Maus. Ach so, die Portale sind eh schon wieder weg, oder? Die Firmeninterne Transportstrecke. Jo, so sieht das aus. Wow! So, was passiert hier jetzt? Da ist doch ein Ding, da ist... Ah, da muss ich mir ein Ding holen, wahrscheinlich wieder. Und dann hier hin. Hä? Ah! What the fuck? Ja, du musst da drüben deinen Schutz hinschießen. Da. Ja, warte mal, ich, ich hab keinen Schutz mehr. Natürlich hast du deinen Schutz noch. Nein, hab ich nicht, aber ich kann ihn mir holen. Oder? Kann ich mir den holen? Komm ich da dran? Tatsächlich. Wir sind doch grad hier durch das Ding gekommen. Wo ist der Schutz? Da. So, jetzt fahren wir hier durch. Hier waren wir doch eben schon. Ne, wir waren fünf Meter weiter unten drunter. Ja. Da unten waren wir. So, und jetzt? Ähm. Oh Gott, ist das hässlich. Ah, ich weiß. Pass auf, bist du bereit? Ja. Äh. Aua, aua. Schieße, 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 schieße! Nein, 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 nein! Weißt ihr, wo ihr seid? Ähhh. Ah, immerhin sind wir wieder hier. Das ist gut. Ja, das ist freundlich. Ja, wenn wir jetzt nochmal von vorne hätten anfangen müssen, wäre das irgendwie auf den Sack gegangen. Ja, das Spiel ist ja nicht so ein, so ein auf den Sack Spiel. Nein, nein, nein. Ich hab auch nicht gerafft, wo ich da jetzt hätte was hin tun können, dass die uns nicht erwischen. Ja, immer so an die Säulen da, da sind die immer so an der Seite. Ja, ich hab ja geguckt, aber wo, da unten hab ich jetzt nix gesehen. In der Richtung. Doch, das war, das war an den Dingern da, hier so. Was, wo? Da, nö, da ist nix. Dann auf der anderen Seite, da auf der anderen Seite. So, pass auf, bist du bereit? Ja. Ja. Aha. Ist da nix? Nein, da ist nix. Da ist halt einfach nix. Das ist auf der anderen Seite, Mann. Nein. Hab ich getroffen? Ja. Redest du jetzt nicht mehr mit mir? Nee, ich überleg. Hast du, hast du mich jetzt? Nein, dich hasse ich nicht. Nur dein Charakter da vorne. Das Spiel. Nur was? Dein Charakter, der hier so viel zukommt, das blaue Knödelding. Nein, warte, noch nix machen, noch nix machen. Ich mach noch nix. Ich gucke mich noch um und versuche herauszufinden. Ich könnte nix. Da ist es. Da komm ich von hier aus glaub ich nicht dran, oder? Ja, jetzt. Toll. Das ist super. Wenn ich's hier hin mach. Aber das machst du wahrscheinlich kaputt, wenn du dein Portaler hinschießt. Ja. Ja, wir können drauf landen und langlaufen. Ich glaube, so kann man da nicht drauf landen, oder? Natürlich geht das. Nein, sterb ich! Mann! Fahr'n Versuch, Mann! Einmal mit Profis. Ja, okay. Mach's an, los! Ich bin schon auf dem Weg. Ja, das war klar. Man mach halt nicht so'n Stress. Oder hast du noch was vor? Ja, ich hab noch was vor. Deshalb... Könnt ihr auch jeden Moment mein Telefon klingeln. Aha. Ah, pass auf! Nein, ich kann aber folgendes machen. Wenn ich hier ein Portal hin mach, fallen die doch alle um, oder? Ja, genau. Ach, da! Ah, warte, das will ich mir noch einen Moment angucken. Bäm! Das ist geil! Achtung! Oh, jetzt bleiben wir natürlich dran hängen. Das ist blöd. Ja, dann musst du es so eins hinten dran wieder hinter uns setzen. Ja, mach ich. Wenn wir da sind, warte. Bist bereit? Ja. Ah, es trifft mich! Nein! Ah! Ah! What the fuck! Komm rein! Kann ich nicht! Das Ding ist im Weg! Ah! Ah! Juhu! Ja! Insert Disc! Wo ist die Disc? Wo ist die Disc? Laser Disc! Müssen wahrscheinlich hier durch. Ne! Geht aber nicht auf! Wo ist die Laser Disc? Ich seh sie nicht! Ah! Ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab sie! Hier, ich werf sie durch den Raum! Ich seh sie nicht! Nicht, dass sie zerkratzt ist! So, ich pass! Die guten Daten da drauf! Brr! Ich will mich schon wieder explodieren! Das System hat wieder Strom! Ich bin voll verbunden! Ich kann alles sehen! Und es ist nichts passiert! Sehr schön! Noch nicht! Hahaha! Ich wusste es! Ja, natürlich! War ja klar! Der Computer hasst uns! Boah! So, jetzt haben wir eine Stunde aufgenommen, ziemlich genau! Ne! Bei mir sind es 56 Minuten! Hm! Machen wir weiter! Ich würd sagen! Jetzt ist doch so ein guter Cutpoint! Der Flow ist aber grad gut! Ja! Mir ist das egal! Ich hab heute nichts mehr vor! Ja! Das Telefon hat noch nicht geklingelt! Ich hab nur irgendwann Hunger! Ja! Ich denke, dass Level 5 schaffen wir auch noch! Ja! Ja!